Ein bekanntes Sprichwort sagt, die Geschichte wiederholt sich nicht, der Mensch tut es. Einmal mehr beweist sich das jetzt an der Hans-Martin-Schleier-Brücke in Esslingen-Mettingen. In den Jahren 1963 und 1964 wurde sie als Mettinger Brücke erbaut. Heute, knapp 60 Jahre später, stehen wieder schwere Maschinen auf dem Bauwerk. Im Moment wird die Brücke geleichtert, das heißt der komplette Überbau der Brücke wird zurückgebaut, der Straßenbelag abgefräst, im Anschluss daran kommen dann die Kappen, die abgebrochen werden. Parallel wird unter der Brücke werden die Leitungen zurückgebaut, dort ist momentan die Dämmung der Fernwärmeleitung an der Reihe. Ende März wird hier eine Stahlkonstruktion installiert, die das Ablassen der Brücke ermöglicht. Das wird dann recht spektakulär. Im Juli wird das Brückenmittelstück in Einzelteile zersägt, auf Pendants abgelassen und per Schiff abtransportiert. Im August beginnt dann auch schon der Neubau, im direkten Anschluss, der sich dann allerdings bis Ende 2022 hinziehen wird. Anfang 2023 muss dann dieser Überbau wieder installiert werden, das heißt es muss wieder der Straßenbelag aufgesetzt werden, es braucht die Beleuchtung, die Geländer, auch die Straßenanschlüsse müssen wieder hergestellt werden. Deswegen wird die Wiedereröffnung der Brücke auf Juni 2023 fallen. Die Hans-Martin-Schleier-Brücke wird in neuer Frische wieder für die zügige Verbindung zwischen den Esslinger Stadtteilen Mettingen und Brühl über den Neckar hinweg sorgen. Bleibt nur die Frage offen, wann müssen die Esslinger Brückenfachleute in ferner Zukunft diese Geschichte wieder wiederholen? Also die neue Brücke wird eine Stahlverbundbrücke sein, die haben in der Regel eine Lebensdauer von 100 Jahren. Allerdings bedarf es trotzdem noch Wartungsarbeiten, das heißt alle 15 bis 20 Jahre muss die Verschleißschicht erneuert werden, also neuer Belag aufgebracht werden, sowie der Korrosionsschutz an den Stahlträgern muss in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Vielen Dank.